Das Synchetische und das Analoge sind meine Lieblingsspillen. Das Synchetische und das Analoge sind meine Lieblingszwillinge. Das Synchetische und das Analoge sind meine Lieblingszwillinge. Durch die Dateneinspeisung über die Sinne modellieren wir Mentalität. Durch die Dateneinspeisung über die Sinne modellieren wir Mentalität. Durch die Dateneinspeisung über die Sinne modellieren wir Mentalität. Wo sie sich gegenüberstehen, um ihre Spiegelungen zu besprechen, brodelt es für neue Weltanschauung. Wo sie sich gegenüberstehen, um ihre Spiegelungen zu besprechen, und der Kontakt bleibt bestehen für neue Weltanschauung. Die farbige Unterwelt wird zur Oberfläche gelangen und der Kontakt bleibt bestehen für neue Bildungen. Ein Blackout zu haben ist BEAUTIFUL. Wo sie sich mit einem Schroeren fahren und Regie veröselt. Wo sie sich mit einem Schroeren befinden. Vom Koffer kommt der Koffer. Vielen Dank.